Ich warne vor einem Deal mit der Türkei. Das bitte kann nur schief gehen. Das wird nicht funktionieren. Es darf keine Milliardenzahlungen geben an die Türkei, es darf gar keine Zahlungen geben, es darf keine Visa-Erleichterungen geben und es darf kein beschleunigtes Beitrittsverfahren geben, es darf überhaupt keinen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union geben, weil dieses Land und seine Kultur überhaupt nicht zur viel zitierten Wertegemeinschaft Europas passt. Wir dürfen uns nicht von der Türkei erpressen lassen, nicht vom System Erdogan erpressen lassen.